Guten Tag. Wollten Sie schon immer saubere Airbots? Dann kaufen Sie nun unser neuestes Produkt. Die LG Tone Free HBS FN6. Ey, Bro, ich glaube, ich kaufe mir die, das zieht in einem guten Angebot aus, Alter. Die sind immer sauber. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Das ist doch nur Werbung. Ey, Bro, ich habe sie mir gekauft. Ist fertig. Oh Mann. Ja, dann schauen wir es uns mal an. So, jetzt kurz zur Box. Wir haben die Vorderseite. Da sieht man einmal das Bild und Informationen, darüber, dass UV-Nano dabei ist. Dann auf der linken Seite haben wir die QR-Codes für die Apps. Auf der rechten Seite haben wir Informationen. Und auf der Rückseite haben wir einfach ein Bild von den Kopfhörern im Gehäuse. Kurze Informationen zum Gehäuse, das ist relativ klein, hat eben dieses UV-Nano, hat ein Mood-Light eingebaut, um blau zu machen, hat ein Licht für die Akku-Anzeige hier mal kurz eingeblendet, ja was welches Licht bedeutet und es gibt auch Hüllen dafür, die ich auch hab. Äh, Walda, äh, ich, das sind einfach die Anschliffe, die nicht hören, da kommt Musik raus, äh, was, was soll das denn, da gibt's ja nicht viel zu erzählen. Ja, es sind natürlich normale Anschliffe, da kommt Musik raus, aber trotzdem, ein paar Sachen zähle ich euch schnell aus. Wir haben Silikonaufsätze, sie sind nicht ganz am Ohren liegen, sondern etwas abstehend, haben guten Sound, haben eine schnelle Verbindung, man muss nur das Gehäuse aufklappen, das ist nicht verbunden. Wir haben eine relativ kleine Form und eine gute Reaktion auf das Touchpad, leider haben sie kein Noise-Canceling, aber wenn man beide eben drin hat, dann ist es auch sehr gute Abdämpfung. Zur Gischensteuerung, man hat ein einrichtbares Touchpad mit Play, Stop, Weiter, Zurück, Lauter und Leiser, da kann man sich einfach einrichten bei 1, 2 oder 3 mal drücken, was man hat. Dann gibt's noch den Ambient-Sound, man hört die Außengeräusche über ein Mikrofon, das kann man außen einschalten, wenn man will, man kann zum Beispiel auf der Straße oder wenn man will, wie man redet, aber wenn zu viel Wind geht, dann hört man manchmal dieses Rauschen, das ist manchmal nervig, aber es ist eigentlich ein gutes Feature. Kurz zum Telefonieren oder wenn man das aufnimmt, zum Beispiel wie TikToker, ich spiele auch einfach mal eine Aufnahme ein von mir. Ich teste gerade das Mikrofon, ich laufe gerade in dem Zimmerraum und rede hier einfach und ja, jetzt war's das und wir schalten wieder um. Und wie man hört, ist die Audioqualität der Aufnahmen vom Mikrofon leider nicht sehr optimal. Dann sind die auch noch IPX4 Schweiß- und Regensicher, kann man immer brauchen, wenn man sich schützt beim Laufen oder wenn man einfach durch den Regen geht. Dann noch kurz was zum Aufladen und zum Akku, man hat insgesamt 18 Stunden, davon sind 6 Stunden eben die Airbuds und mit dem Aufladen dazwischen aber 12 Stunden, also das Case hat den Akku mit 12 Stunden. In 5 Minuten aber mit der Schnellladefunktion 1 Stunde Musik und man lädt es entweder mit dem USB-C-Kabel auf oder durch Wireless Charging. Dann gibt es natürlich noch die App und zwar heißt die LG Tone Free, man sieht eben einmal wie viel Akku die haben, dann kann man einmal den Ecolacer einstellen, kann die Umgebungsgröße einstellen, kann die Lautstärke der Umgebungsgröße einstellen, kann die Lautstärke der Ohrenstöpsel einstellen. Ey, ich finde sie eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hab sie ja noch gesagt, Alter, sie sind nicht so scheiße, ich hab sie mir auch gekauft und ja, sie sind geil. Ey, boah, ich glaube ich kaufe mir die auch. Ich hab sie ja noch gesagt, ich hab sie mir auch.